Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Schamottsteine kleben bzw. reparieren kann, wenn sie in unserem Kaminofen gebrochen sind. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die beste Lösung ist natürlich, wenn wir unseren Stein immer komplett neu austauschen. Doch meistens gibt es diese leider vom Hersteller nur im Set, was dann doch relativ kostenintensiv ist. Und da ist das Kleben bzw. Abdichten mit so einem speziellen Schamottkleber natürlich eine super Ersatzlösung. Natürlich klingt es nicht verkehrt, wenn wir unseren gebrochenen Schamottstein erst einmal ausbauen, draußen zusammenkleben und danach wieder einsetzen. Jedoch habe ich schon relativ oft gehört bzw. auch gelesen, dass beim Einsetzen dann der Riss hier wieder relativ schnell entsteht, da das Einsetzen natürlich auch nicht so leicht ist, weswegen ich mich auf jeden Fall dafür entschieden habe, dass ich meinen Schamottstein jetzt im Brennraum drin lasse und dort einfach repariere. Zuerst mal nehme ich mir noch einen alten flachen Schraubendreher zur Hand und mit diesem kann ich dann auch meinen entsprechenden Ritz noch etwas auskratzen, so dass sich die losen Teile auf jeden Fall lösen und ich danach mit meinem Kleber besser in den Spalt hineinkomme. Laut Hersteller müssen unsere Klebestellen auf jeden Fall staubfrei sein, weswegen ich mal noch mit einem speziellen Industrie-Sauger bzw. Asche-Sauger diesen Riss jetzt säubern werde. Mit einem normalen Staubsauger würde ich es nicht machen, da der dann doch relativ schnell kaputt gehen kann. Die gebrochenen Stellen sind staubfrei, weswegen ich mal mit einem scharfen Cuttermesser meinen Schamottkleber hier oben ganz einfach öffnen kann. Danach nehme ich auch meine Spitze, die muss ich jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn noch etwas draufdrehen. Ich denke auch hier vorne, der Spalt ist sehr klein, das sollte bei mir auch auf jeden Fall passen. Und nun noch in eine Kartuschenpresse hineingeben. Bei mir ist alles vorbereitet und jetzt muss ich einfach mal meinen Schamottkleber in den entsprechenden Spalt hineingeben. Dabei natürlich darauf achten, dass wir nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig einbringen. Bei mir schaut es super aus, weswegen ich mir mal noch Handschuhe drüber gezogen habe, denn nun möchte ich auf jeden Fall noch überschüssigen Kleber auf jeden Fall abziehen, beziehungsweise natürlich auch das Ganze schön kletten. Natürlich kannst du auch einen speziellen Fugenkletter hernehmen, welchen man normalerweise für Silikonfugen verwendet. Doch ich finde, bei mir schaut das auf jeden Fall super aus. Und der Vorteil dabei ist, dass ich meinen Kleber jetzt noch einmal etwas weiter in den Spalt hineindrücken kann. Laut Anleitung müssen wir unseren Kleber nun bei Umgebungstemperatur für 48 Stunden trocknen lassen. Und danach können wir die Temperatur im Brennraum dann auch schon langsam erhöhen. 48 Stunden sind rum, mein Kleber ist jetzt auch schon trocken und nun geht es noch darum, dass wir mal im Abstand ein kleines Feuer anmachen, um unseren Kleber noch dementsprechend einzubrennen. Wichtig hierbei ist, die Flammen sollten nicht direkt an unseren Kleber kommen und somit haben wir dann auch schon unsere Schamottsteine richtig geklebt und können danach natürlich auch wieder ganz normal heizen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen speziellen Schamottkleber, eine Kartuschenpresse oder doch auch gleich eine neue Platte für den Brennraum zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.